Heute vergleiche ich das Realme 7 mit dem Vivo V20C. Ein spannender Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Design. Beim Punkt Design gewinnt das Vivo V20C knapp mit 50 zu 47 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 26 Gramm leichter, 1,6 Millimeter dünner, 1,3 Millimeter kürzer, 1,3 Millimeter schmaler und 19,1 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Realme 7 mit 58 zu 48 Punkten eindeutig vorne. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. 0,9 Prozent größere Bildschirmgröße besitzt Bruch- und kratzfestes Glas und besitzt ein IPS-Panel. Das Vivo V20C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1 Prozent höhere Pixeldichte und OLED- bzw. AMOLED-Bildschirm. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Vivo V20C deutlich mit 85 zu 77 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat NX-Bit und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das Realme 7 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 5,9 Prozent schnellerer Prozessortakt, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 2 GB größerer Speicher. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Vivo V20C deutlich mit 65 zu 58 Punkten. Es sticht hierdurch folgende Vorteile heraus. Zweifach mehr Megapixel der Frontkamera hat einen Blitz mit Duallets, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, unterstützt Serienbilder. Es hat einen manuellen Fokus. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, eine Blitz-LED mehr und 4,8 Prozent größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Realme 7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 31 Prozent mehr Megapixel der Hauptkamera, vierfach bessere Qualität der Videoaufnahme und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Vivo V20C deutlich mit 58 zu 50 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku ist das Realme 7 mit 65 zu 64 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgendem Vorteil. 22 Prozent mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Realme 7 knapp mit 83 zu 78 Punkten. Es punktet hier mit folgendem Vorteil. Unterstützt NFC. Ergebnis. Das Vivo V20C liegt in der Gesamtwertung mit 63 eindeutig vor dem Realme 7 mit 53 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.